Musik Servus Burschen, wir sind heute wieder back. Heute, dritte Folge, und zwar Felgen vom Projekt Blueprint. Wir haben letztes Mal einen Tank entrostet, wir haben schon die hintere Bremse aufgebaut. Und heute schauen wir sich an, ob wir die Felgen schön bringen. Und zwar, habt ihr es euch vielleicht schon gesehen, das sind die Felgen. Schauen brutal grauslich aus, sind so da jetzt schon ein bisschen angeschliffen von mir, da habe ich es schon probiert, es wird wieder schön. Aber auf dieser Felgen seht ihr, die ist extrem grauslich, der Lack bladelt so an, es ist so komisch. Es ist oxidiert und wirklich extrem grauslich. Aber wir werden es euch heute anschauen, ich werde die Felgen anschleifen. Ich werde es einfach nur mit Schleifenbier probieren, dann ein bisschen einen Grund draufsprühen. Farbe verrate ich euch noch nicht, werdet ihr es nachher sehen. Wir werden es nachher gleich lackieren, auch am Schluss der Folge. Und ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht lang, wir starten. Let's go! Ja, wie ihr seht, die erste habe ich einmal fast fertig. Es wird eh halbwegs, es schaut jetzt so schlecht aus, als es ist. Wenn man da drüber fährt, ist das eigentlich alles ziemlich glatt. Das Ganze will ich jetzt nachher grundieren, mit Hoffgrund. Und dann einmal schauen, wie das ausschaut, ob das alles eben ist. Dann schleife ich noch ein paar Mal drüber, aber ist wirklich nicht so schlecht. Die zweite Felgen habe ich noch vor mir, ich habe gestern den ganzen Abend geschliffen. Und ja, die fällt mir leider auch noch. Also das Ganze nochmal verfuhren, mehr oder weniger. Jawohl! So Wurschen, ich habe da schon einige Zeit geschliffen. Aber ich hoffe da sehr stark auf einen Grund- und Füll, was es noch ein wenig gut machen wird. Die Folge ist eh nicht so arg für den anderen wie die andere eigentlich. Die andere habe ich schon einmal mit dem Hoffgrund gespritzt. Die wird nicht weiß, sondern sie wird schwarz. Und es schaut einmal nicht so schlecht aus eigentlich. Und ich würde sagen, lasst euch überraschen, wenn es weitergeht. Jetzt mache ich das da jetzt gleich auf die russische Methode, weil es draußen so bernkalt ist. Ja Wurschen, und jetzt haben wir ein bisschen einen Zeitsprung drinnen. Ich habe die eine einmal lackiert, die andere ist eh eigentlich noch am geschliffen werden. Am schleifen. Die eine habe ich einmal probiert, wie es ausschaut. Ist eigentlich recht gut geworden, sage ich einmal. Es sind schon einige Unebenheiten drinnen und so weiter. Aber ich glaube, das können wir akzeptieren. Das nehmen wir so wie es ist. Ich ziehe jetzt einmal den Reifen auf. Da bin ich gespannt, wie das ausschaut. Zeige euch, was ich noch vor habe damit. So Wurschen, und jetzt haben wir eine richtig geile Sache. Ich habe von Birelli Reifen gesponsert gekriegt. Also ein Testreifen gekriegt. Und zwar sind das Birelli 2.50 17 Zoll Angel CT 43P vor der Reifen. Den werden wir auch für probieren. Den ist richtig geil. Ich filme den da ein wenig an. So, und ja, werden wir schauen. Wir sind bis jetzt ja nur den Mieters gewohnt. Aber es schaut richtig geil aus. Und es wird auch richtig geil sein. Also, den werden wir einmal aufgeklatschen. Jawohl, let's go! So, dann den einen haben wir einmal aufgezogen. Und ja, was bleibt mir da zu sagen. Ich möchte mich wirklich sehr bedanken bei Birelli. Es ist super schnell gegangen. Die Kooperation ist zustande gekommen. Und ich habe noch vor drei Tagen Testreifen da gehabt. Und das ist echt spitze. Und ja, somit würde ich sagen, haben wir eine neue Lieblingsmarken auf dem Kanal, oder? Und jetzt wollen wir den zweiten aufziehen. Ok, Busse. Und wir sind jetzt mittlerweile schon in meinem Büro. Ich habe die Reifen mitgenommen. Wie seht ihr da, ist ja gar schon die Rotnummer reingeschrauft in der Vorderung fallen. Und es schaut einmal so weit richtig fein aus. Und jetzt hätte ich noch eine Idee gehabt. Ihr habt es auf Instagram schon gesehen. Da habe ich es probiert gehabt mit einem anderen Reifen. Mit einem anderen Reifenhersteller. Aber durch die Zusammenarbeit mit Birelli werden wir das jetzt da mit denen umsetzen. Und zwar folgendes. Jetzt zeige ich das gleich. Und zwar plan ich da solche Reifensticker drauf zu machen mit Birelli. In Gelb. Hier habe ich es geklickt, dass ich so einen Blatt da habe. Und eine Gelbfolie wäre es auch wirklich gerade da. Und deshalb würde ich sagen, da hat mir das richtig getan. Wenn wir da drauf da fallen, so Birelli Sticker drauf hätten. Wir haben das Birelli zwar da auch drauf, aber das sieht man meiner Meinung nach zu wenig. Und deshalb würde ich sagen, machen wir das. Ich habe das Ganze nämlich wie bei die Formel 1s Autos recht gleich gefunden, was auf der Seite da oben steht. Und habe mir gedacht, das schaut sicher auf einer Maxi auch nicht so schlecht aus. Deshalb werden wir das probieren. So, ich habe das da jetzt in meinem Plot eingespült. Und ich würde sagen, wir starten, oder? Let's go! So, und ich habe schon hier draußen eine Transportfolie drauf gehabt. Und jetzt werden wir das mal probieren beim ersten Reifen, wie das dann ausschauen wird. Aber ich glaube, das wird geil, Alter. Es ist geil. Es wird richtig geil. Ich hoffe, ich hoffe es. So, und zwar den anderen Reifen zeige ich euch vor, wie ich das gemacht habe. Und ich habe mir da einfach eine Fläche gesucht, bei dem Birelli ist es sehr viel schwer, weil der ziemlich viele Umstände hat und so Unebenheiten hat. Aber ich habe mir eine Fläche gesucht, wo ein bisschen was frei ist. Und das Ganze habe ich dann ein bisschen mit dem Standing Messer die Haare weggeschnitten. Ich mache ein Haar dazu. Ich weiß nicht, wie man es wirklich nennt. Das ist das, was vom Pressen da rüber ist. Das schneide ich weg. Dann gehe ich mit meinem Bremsenreiniger her. Und tue das Ganze da einmal reinigen. Damit da nichts mehr drauf ist. So, oder? Dann schaut das Ganze schon recht gut aus. Es piekt nachher. Also man merkt richtig, dass das sauber ist. Und jetzt nehme ich meinen coolen Reifensticker. Und schau, dass ich die gut platziere. So, streicht das gescheit fest. Man muss halt schauen, dass man eine Folie etwas ziemlich gut hält. Meine hält eigentlich auch fast ein bisschen schwach. Ich werde mir eventuell noch eine bessere holen. Aber vorerst einmal werde ich die drauf lassen. So, oder? Das haben wir einmal. Die Relle. Okay. Dann kommen noch die Striche drauf. Die bringen wir jetzt da auch noch. So. Und einen Strich haben wir noch. Zack. Jawohl. Und dann haben wir das da drauf. Pirelli. Reifensticker. So. Ich will jetzt noch im Schnellverfahren die zweite Seite auch machen. Und dann werden wir sich das anschauen, ob es geiler ausschaut. Um und unten. Oder nur auf einer Seite. Den Reifensticker zum drauf haben. Also ich mache das noch gleich die Seite. Und dann hören wir uns wieder. Okay Puschen. Das ist von der Folge. Ich warte jetzt noch auf meine Roten ab, was ich vom Tags kriege. Dann schraube ich da noch eine. Die hintere ist das jetzt, was noch fehlt. Und die nächste Folge wird dann schon sein. In den Rahmen einmal zusammenbauen. Die Reifen rein. Und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr in der Folge, wo das passieren wird. Sonst würde ich sagen, freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns in den nächsten Wochen wieder. Selbe Zeit. Selber Ort. Selber Schuld. Sagt der Tags immer. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Pirtai. Semino. Auf Wiedersehen. Ciao. totally war das Wiel historia. they're a命. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.